Liebe Freunde, hallo und herzlich willkommen bei einem fast Revival von Rocket League. Jay und Dalu sind dabei. Wir ranken mal ne Runde. Wir ranken mal ne Runde, das weiß ich. Ich hab das letzte Mal Rocket League gespielt, als wir das aufgenommen haben. Das ist ewig her, also ich kann das nicht mehr so gut. Ja, wir sind alle nicht so gut. Wir mischen die Liga einfach mit unserem Nichtskönnen auf. Genau, wir können ja nix. Dalu war ja immer früher Profi im Spiel. Baller das Ding nach vorne, nice. Da ist keiner von denen im Tor. Nice, der ist gut. Ja, egal. Da ist Dalu. Ich bin Batman. Er ist doch viel flacher, der Wange, ist doch unfair. Zack. Ich hab extra den DeLorean gekauft. Extra nur für die tolle Aufnahme. Okay, ich bleib. Okay, Jay bleibt schon. Ich geh da hin. Ich geh da hin. Ich geh da hin. Ich fühl mich hinten immer sicher. Ich baller den jetzt nach vorne. Siehste, zack, da kommt die Flanke. Weg da. Ja, hallo, Staub ab. Zack. Da kommst du dir. Oh, ich. Bumm. Ach, schade, ich wollte den lupfen. Hab da nicht getroffen. Oh, ich zinke Mittelfeld. Gibt es nicht eine Möglichkeit zu driften, ohne zu bremsen? Äh, Viereck. Hab ich. Hier, Viereck. Beziehungsweise. Oh. Oh. Oh, no. Jetzt mal rein. Mal mal rein. Jawohl. Das war kein Eigentor, den hab ich getroffen. Nein, Quatsch. Nice. Wow. Ich hab kein Eigentor gesehen. So, endlich hab ich's gefunden. Na, guck mal, 2-0, noch 4 Minuten, da kann die ja schon gar nicht. Aber ich hab losfahren müssen, ne? Ja, ich hab trotzdem den ersten Ballkontakt. Habt ein Problem. Bist du E-Torwart? Das Spiel ist eh schon durch, wären wir eh schon gewonnen. Ich hab leichte Probleme, muss ich ganz ehrlich sagen, bei dem Spiel den Ball einzuschätzen. Wow. Ähm. Hier, eventuell. Ich fühl sie, ich fühl... Oho. Nee, der geht nicht ins Tor. Nein! Dann bin ich daneben gesprungen. Was mit unserem Keeper? Ja, du lass. Ich hab ihn nur noch mal ein bisschen nach oben gesetzt. Weil es da nicht drin. Kommt in die Mitte. Ja, ich seh nix. Geht das doch mal. Hey, der kommt jetzt wahrscheinlich zu mir. Den und ich, meiner. Nein, der ist Trubat, mir, oder? 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 Nein, 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 nein. Ich rufe Trubat, meine. Ja, ich dachte ja auch, ich hab da nicht gesehen, dass der zu da dran war. Scheiße, da hätt ich nicht rausgehen dürfen. Da mit seinem Basecap auch noch falsch rum. Gas Wenn das Ja, easy Wenn das eine schöne Vorlage war Guck dir den Pass an Oh, richtig schön Schein, er dribbelt Ja DeLorean und Batmobile ist der beste Schmur Natürlich, liegt nur in den Autos Ich wurde gerammt Jetzt rein das Ding Jawoll Alter, ey Aber wir müssen uns halt neu ranken Wir spielen ja gerade gegen Holzliga oder sowas Wie schon sieht Ja, ich hab richtig viel gemacht Erster Ballkontakt Hab ich bekommen Eins von zehn Spielen gespielt, ja das ist klar, nix Wenn die alle so schnell gehen Werden wir heute noch gewünscht in der Folge Neues Match, du Wie kann ich da drücken? Nur der Gruppenleiter kann so Guck mal, hier zehn Punkte War doch gut die Runde Ja, du bist halt Torwart Manchmal hast du als Torwart aber halt auch den Mega-Vorteil, wenn das Spiel sehr defensiv ist Hört du die ganze Partei Oh, Dallu ist Dallu ist Veteran Oha, was ist das für ein abgespacedes Map? Oh, dieses abgeb... Das ist einer der Neuen Oh, das ist ein größeres Tor, oder? Das ist ein Pokémon-Jäger im... Ist das ein größeres Tor? Ne Ich glaube nicht, oder? Alter, das sieht aus wie ein größeres Tor Alter, die ist mega cool, die Map Jawohl, es geht auch japanisch runter Ichi Ichi Ichi, Ichi Gut, ich hab wieder erster Ballkontakt, da hab ich wenigstens auch meine Punkte irgendwie Nein Leut Vorwärts Oh, Dallu, nice Das war ungewollt, aber das war gar nicht so schön Leut, was ist das denn für eine Map? Und die hat aber... Warst du in die Mitte? Der Außenbereich ist crazy Ja, du kannst... Ja, war nicht ganz... Fliege Ich muss auch wieder erst reinkommen Ich hab über ein Jahr... Den kenn ich noch nicht, den Außenbereich Okay Okay Oh shit, die haben den getroffen Okay Ich nicht Jawohl, schön, jetzt da vorne das Ding Ich komm von hinten angeheizt Äh, okay Jetzt, jawohl Ja, du wlupf, wie sie Der Außenbereich hat die einfach ausgedribbelt Unser Tsubasa hat zugeschlagen Ja, halt aber auch Ja, war aber auch easy Ich kann nicht driften, leider, weil die Taste nicht belegt ist Was ist denn driften? Eigentlich X, glaub ich Das ist bei mir das Scoreboard Ich hab keine Ahnung, wieso Ah, hier fliegt man... Äh, lol, war das denn da gemacht? Nee Oh shit, ich dachte, der wartet Lasst euch Zeit Ja, ist halt echt so Könnt gleich schon wieder aufpassen Leiser! Jawohl! Alles klar Das ist echt wie Tsubasa und Zora Ich schieße einfach von überall Nimm den Volley Ey, Dalu holt auch jeden Ball da rein Holy shit Ich muss hier erst mal reinkommen in das Spiel Ja, echt Oh, Jay, fährst du jetzt nach vorne oder fährst du nach hinten? Ja, ich fahr Okay Volles mit Alles klar Oh, jetzt will ich hier auch einmal spüren Mitte Schöner Pass Nein! Hat er gut gehalten Na, muss man ihn mehr lassen Jetzt geh ich wieder nach hinten, Chris Okay Ihr seid besseres Sturm-Duo Ihr macht da jeden Ball rein Ja, Dalu ist dein besseres Sturm-Duo Na, guck mal, hier hast du den Pass gesehen, Dalu Da kommt... Dalu, den hättest du aber verwandeln können, Mensch Ich weiß Jetzt habt ihr euch gegenseitig den Ball verballert Das haben wir nicht Alles klar, natürlich Ja Alles gut Nein, ich bin zu spät Alles easy Ne, den will ich nicht Hab ich Angst Ich behalte ihn mal kurz in der Ecke Neu Wow Oh, schöne Vorlage, Dalu Ich weiß Oh Ey, der war oben in der Ecke Oh Mann ey, ich bin voll der Scheißdorf Guck mal, wie ich ihn schön in die Mitte gehauen hab Alter, das war aber auch schwer War aber auch schwer Aber er ist in die richtige Ecke gesprungen Ja Es war aber schwer zu halten Ja, ohne Boost Ah, der war auch Ohne Boost Ja, Dalu wird schon geflamed Dalu such die So, ich hab's wieder gut gemacht Jawoll, alles klar Tut mir leid für den Pass gerade, ja Erstmal hier zacken Das kann ich halt auch so easy dran kam Äh, greif ich mit an oder so Oh, der geht gar nicht ran Ja, manchmal ist als zweiter irgendwie ranzugehen besser Weil dann kannst du dir so den Abpraller nehmen Warum? Warum drück ich immer nach links? Ich Blöder Fullidiot So, Dalu Schön Los Nein Ich bin tot gerammt, der konnte jetzt auch nichts Ja, ja Du konntest nichts drüber So Jay, deiner Nee Nee, Moment Dalu Nee, 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 den wehr Dalu ab Aber der ist noch nicht, der ist noch nicht im Tor Nein Oh nein Ich trimmel hier ein bisschen mit den Leuten Ich spring auch die ganze Zeit so lustig hinterher So, jetzt da drin Ahem Chris, der hat halt einen schönen 360 gemacht Da kommt Dalu angeflogen Naja, ich muss da unbedingt wieder reinkommen Oh oh, der ist drüber Schöner Rebound Ja, und jetzt macht den Ohhhhh, der macht der wirklich Da hab ich doch den Rebound gesehen von Chris War absich Ja, direkt und durch Als ob du den so getroffen hast, dass der dann so fliegt, man Der war Unfassbar gut geschossen Und gut getroffen Leck mir am Arsch Oh, ich muss da hinten bleiben Oh, der geht hoch Der ist schon wieder unten Es gibt ja keine Bande Es gibt ja keine Bande Oh Ups Oh Komm schon Nein Oh oh, kommt ein Schuss Oh oh Befreiungsschlag Und er ruft Und er ruft Und er ruft Einfach doppelte Abwehr Und Dalu macht alleine den Sturm Ich fahr immer unten durch Ich fahr immer unten durch Oh, da werden Der war doch schön, der Pass Ja Aber nicht für mich Die genaue Optik hat wieder zugeschlagen Wer hat er denn ab? Da gelauert Jay taktiert Jawoll, das ist meine Chance Oh Voll daneben Warte, ich mach den noch Oh ja, hier, Vorlage Kommt Dalu angeflogen? Ja Von links Geht man noch so in die Luft? Voll rückzieher Ich Zack Jetzt Tray, du bist armen So jetzt Jetzt kommen sie wieder irgendwie so Möchtegern Angriff Komm Bleibt er denn? Da ist er Da ist er So Ich nehm den mal mit Ich nehm den mal mit Ey Den halt haben wir ja nach vorne gespielt Das ist eigentlich ganz nett Nein, mach das Hat ich dir gesagt? Nein Ich glaub der hat mich beleidigt Entschuldigung Jake Ich hab den ja selber verkackt Ja Weil ich so Scheiße war Ich hatte gedacht, okay Und ich hab dann nicht damit gerechnet Dass du den gegen die Wand haust Danke Ich war aber eigentlich da Ich hab verstanden Ich war eigentlich da Den hätt ich auch haben müssen Kann man irgendwie nach links springen Ohne diesen Doppelsprung zu machen? Oh, zerstört Ich bin zerstört worden Ey Der ist noch Der ist noch No, ich kam nicht dran Nein 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 Ja guck mal zweiter Sieg Jetzt machen wir doch den Tore Vier Tore Alter Vater ey Ich hab'm Arsch Warte ich bin Stürmer Ja alles klar mit zwei Torschüssen Haben wir auch so viel gerissen Haben wir ja vergelb Alles klar 920 Punkte Gar kein Problem Einen machen wir noch ne? Joa Einen machen wir noch Ich bin ja auch Semiprofi Ich will jetzt gerne mal Welche haben die halt so ähnlich gut sind Ich erkenne Ja die sind doch ähnlich gut wie wir Wir sind halt alle Semiprofi Dadurch ist halt Ich erkenne Parallelen zu CSGO gerade Das Schlimme ist ja In Rocket League bin ich halt wirklich nicht gut Und ich war auch noch nie wirklich gut Wir sind halt noch schlechter Rocket League spielt sich eigentlich komplett in der Luft ab Und das kann ich halt nicht Naja klar Ach die Videos die man da irgendwie auf Youtube und so weiter findet Die finde ich auch immer total geil Aber never ever Dafür spie ich das Spiel einfach nicht oft genug Am Boden bin ich ganz gut Aber in der Luft Ja ich bin ähm Ich schalte den Ball im Auge Ich schalte den Ball im Auge Entschuldigung Macht nix Mitte Ohhhhh Ah der geht daneben Hab ich Er hat gerade kein Boost Ja Mitte Mitte Ohhhhh Noooo Da ist der Aber Jay ist da Spielt offensiv mit Ja Wie der Manuel Neuer Genau Lieber rum Und wieder Ich drücke immer zweimal A und ich fliege den Ball vor Oh shit Oh das ist nicht gut Da wartet einer in der Mitte Hab ich Nice Dalu Huh Dalu spielt einfach Wir gucken Dalu zu Ok jetzt gehts los Jetzt hat Duck Oh der ist drin Nein den hat er Der ist drin Der ist aber drin Der ist aber drin Nee Nee Oh jetzt Chris Nee Ich hab's nur noch spekuliert leider Nee Jay Du ihn nicht Ich mach grad Breakdance Alles cool Wir müssen nur die Ruhe wahren Oh nooo Kommt da noch einer? Nee Nein Wir liegen zurück Ich mach grad Breakdance hab ich gehört Ja Mann Irgendwo am Fein Ja Eventuell beim Gegner im Tor Also er hat ne holländische Flagge Und er dürfte sich von den Holländern abziehen lassen Oh Gott Nee Nee Ehrgeiz geweckt ist gut Nein Lass Ich fliege da den Ball vorbei Lass Das haben wir immer im Fußball haben wir mit ne gelbe Karte bekommen wenn wir Lass gesagt haben Warum? Warum das denn? Äh Keine Ahnung Man sagt Leo oder sowas Wurde uns eingehört Warum sagt man denn nicht Lass? Keine Ahnung weil der zuf war bei uns Krass In ner F-Jugend Oder E-Jugend oder sowas Wahrscheinlich ging das unserem Trainer sehr auf den Sack Lass Nicht aber Leo Hä? Wie bei eurem Trainer dann auf den Sack? Auf wen haben wir immer Leo gesucht? Ja meistens war das ja der Trainer dann Achso Der Schiedsrichter Oh shit Oh 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 Da bin ich leicht daneben geflogen Aber Dalu's Defensive steht noch Den haben wir Nice Da hinten lauern die Oh 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 Geier ey Oh der könnte in die Mitte kommen oder? Ooooooh Ah guck mal Jay Jay hat kein Problem damit Naja Ich bin gerade eher so Engländer Torhüter Format gerade Ja das ist egal Mit mehreren Fazern Spiderman Falsches Auto Gibt's das Spiderman Auto Oh als ob man Ja Spiderman Auto Klar Ich dachte da kommt einer Ooooooh Der ist drüber Ich bin so schlecht in der Luft Ey Dalu jetzt trifft doch mal endlich Wir brauchen Tore Dann spielt den Ball Oh no der springt drüber Oh Jay Oh J Oh J Der kommt wieder in die Mitte Der kommt wieder in die Mitte Oh warte da muss schon einer Weg da Ich krieg mit dem Auto auch gar nichts Der Ball Die stehen halt immer zu zweit da an dem Außending Du schießt den nach vorne und dann kommt der direkt wieder zu Weil der zweite Jay Schön Ja ja da steh ich So jetzt Attacke hier jetzt Oh daneben Scheißgeladen Bin ich aber daneben springer Nein Oh Ist noch Ist noch Ja ich bin hier so breit Da kommt einer von hinten ran Da kommt einer von hinten Der war doch gut Ja Aber ich war schlecht Da dieses seitlich treffen krieg ich halt nicht hin Ich drücke mal zweimal und dann fliege ich daneben Hä komm komm Das ist das falsche meine Oh lol wie fliegt der denn Fliegt aber geheimnis Ja der ist gut Haa Haa Ja Wir haben nur anderthalb Minuten Ja ja Was da Oh Oh Jay hast du den? Joe Ne Was ist denn da passiert? Was ist denn da passiert? Das weiß ich Warte mal Das muss ich mal hier kurz mal angucken Was ist denn da passiert? Das ist mir auch passiert Ja Nein Oh ich bin so schlecht Jawohl Ich komme Nein Nein Ich komme Ich komme Du wirst jetzt Attacke machen Oh Gott oh Gott oh Gott oh Gott oh Gott Attacke Parade Hey Oh der hat mich gefickt Ey 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 Das ist das nimmt gerade keine Jetzt Ah Warum geht der Ball immer in unsere Richtung? Oh Mann ey wie ich die ganze Zeit immer drunter springe Das kann nämlich wahr sein Nur liegen lassen Ey ich hab den abgewährt man Dann wär das sonst reingekullert Komm ein Tor Mehr kann ich nicht Ein Tor Ja dann alle drauf Oh das geht schief Oder auch nicht Alter verpiss dich doch mal mit deinem F eight I Nein Nee heaven Gehalten... Nöööö! Oh nöööööö, wir werden dir voll zerfickt, ey. Waaa.. werden wir gepflückt.... Ich glaub meine Verbindung ist abgerissen. Ja ich glaub ich hatte schon ganz komische Legs auf dem Server Ich hab aber gar nicht... ach scheiße ich hab gar nicht aufgenommen... D... Hey Jony... Prozent Mernohr ist er auch jetzt ja die Leiter Schilder und sieben er er nimmt er den Restor alles lackertore von denen und zu recht verloren in dem moment doch war nicht so stark wir müssen uns verbessern aber wir stürmen ab sofort die liga nächste folge geht weiter vielmehr für zuschauer dürft gerne daumen nach oben da lassen so wie diese hässliche wolke die das da gerade macht ja bis zum nächsten markt hässliche wolke tschüss